Ich bin es herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es kommt zu diesem kleinen eher spontaneren Video auf meinem Kanal. Es kommt jetzt vielleicht auch ein bisschen unerwartet oder so aber ich habe jetzt lange überlegt und habe mich dazu entschlossen meinen Namen auf YouTube zu ändern. Ohne Strich Nethox wird es dann nicht mehr geben. Ich werde ab jetzt die Nethox heißen. Also der Nethox, I don't know, wie man es ausspricht. Muss ich mir noch überlegen. Einerseits ist es für mich einfacher, weil wenn ich Leuten erkläre, wie heißt der Kanal und ich sage Ohne Strich Nethox. Das Ohne Strich ist einfach umständlich meiner Meinung nach und die ist auch so, es ist halt international auch. Klar, ich mache keinen internationalen Content, aber es ist halt international bezogen. Okay, finde ich. Und der dritte Punkt ist, ich habe es heißt auf Twitch YouTube Unterstrich Nethox und ich kann mich auf Twitch nicht einfach Unterstrich Nethox nennen. Deswegen ist der Name für Twitch auch gut, weil auf Twitch muss man, darf kein Unterstrich am Anfang stehen. Deswegen werde ich auf Twitch die Nethox Unterstrich heißen, mit einem Unterstrich am Ende, wenn die Nethox schon vergeben ist an irgendein random User. Und ja, für euch wird sich nichts ändern. Ihr bleibt immer noch meine Nethox-Army. Und ja, was ist eure Meinung zu der Namensänderungssache? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Eure Meinung würde mich sehr interessieren. Und sonst, ja, ich wollte es euch einfach mit auf dem Weg geben, damit ihr das wisst. Und ich versuche jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger Content zu produzieren. Also zwei Videos pro Woche, einmal Mittwoch, einmal Samstag. Ich versuche es. Meistisch schaffe. Nebst du nicht übel, Leute. Tut mir leid. Und ja, das war ich alles, was ich sagen wollte. Und genau, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Beweitert das Video, lasst ein Abo da, wird mich unterstützen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein, Leute. Euer Nethox. Ciao, ciao. Moin Leute, was geht? Ich bin's, euer Nethox. Und heute werden wir uns Märchenasozial von June anschauen. Äh, Märchenasozial Teil 3. Und ich will gar nicht so lang rumlabern. Ich würde sagen, wir springen direkt rein und reacten darauf. Moin Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Nethox. Und heute reagieren wir auf Wenn du lachst, hast du verloren. Also eine Nicht-Lachen-Challenge von Sascha. Also unsympathisch.TV. Moin Freunde, was geht ab? Ich bin's, euer Nethox. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nämlich zum Denmark-Vlog. Moin Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Nethox. Was ist das denn hier? Was ist denn mein Haar? Was ist denn... Die sehen ja absolut komisch auf. Naja, egal, Freunde. Heute zocken wir GNOG oder GNOG. Je nachdem, wie man's aussprechen will. Moin Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Nethox. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und herzlich willkommen zu Minecraft World. Hier wird das Gepäck durchleuchtet. Was ist das, was Papa? Moin, was geht ab? Ich bin's, euer Nethox. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu diesem neuen, speziellen Video. Ihr freut euch jetzt sicherlich. Ey, wieso macht der Typ da so'n Broccola-Pesto-Vegan-Ding? Ähm, Hallo? Was war das? Hä? Hä? Was soll das? Hä? Oh mein Gott, warum steht... Was? Warum steht hier Minecraft World Trace-Los is Loading? Oh mein Gott! Boah, ey! Corny, was machst du denn hier? Moin Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Nethox. Jetzt kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video, in dem ihr entscheiden könnt, was mein neues Intro wird. Moin, was geht ab? Ich bin's, euer Nethox. Und kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und jetzt kommt zu einem neuen Let's Play mit dem lieben Corny. Und jetzt kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und damit herzlich willkommen zu einer wunderbaren Vorstellung meines Minecraft Servers. Moiners Club, ich bin's, euer Nethox. Kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hetzt kommt zu diesem Video, in dem ich euch über meine Erfahrungen berichte und euch die Highlights aus meinem 24 Stunden CEO Marathon zeige. 3, 2, 1, 4, 2, 0. Let's go! Ähm, hallo? Hallo, was ist hier los? Ha, äh. Ähm. Wait. Nein. Nein. Was, warum? Warum? Äh, hä? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht. Moin Leute, das hier ist ein kleiner Song, den ich für euch gemacht habe, weil ihr wirklich so eine tolle Community seid. Wichtig ist, der Song ist nicht ernst gemeint, sondern es ist einfach ein Comedy-Song und soll unterhalten. Und es ist auch nicht wirklich ein Weihnachtssong, sondern, sondern, naja, keine Ahnung, was das eigentlich ist. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Moiners Club, ich bin's, euer Nethox zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einer klitzkleine Runde DSK-Bist 2. Moiners Club, ich bin's, euer Nethox zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Jurassic World Evolution. Yeah, let's go. Moiners Club, ich bin's, euer Nethox zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt mit dem lieben Systemcraft. Hallo, was geht da ab? Freunde. Freunde, herzlich willkommen zu Minecraft Sky. Willkommen Head, Philippist 2. Willkommen Head, Philippist 3. Bis zum nächsten Mal.